Wenn wir über das Winterbergsteigen sprechen, dann denken viele von euch in erster Linie an Skitouren. Aber dass das wirklich nicht ansatzweise die Möglichkeiten im Winter abdeckt, das möchte ich euch heute zeigen. Denn wir haben verschiedene Untergründe, gerade wenn der Schnee eine Weile ausbleibt oder vielleicht gerade erst neuer dazugekommen ist. Ihr könnt also unabhängig vom Monat immer mit verschiedenen Bedingungen rechnen. Oftmals kommt ihr im trockenen Winter sogar gänzlich ohne große und teure Ausrüstung aus, sondern könnt euch auf kleine Helfer beschränken. Und genau darum geht es heute im Video. Ich zeige euch, wie vielfältig Winterbergsteigen ist und wie ihr am besten dabei vorgeht. Stellt euch einfach mal vor, wir starten auf einer Höhe von 700 Metern und unser Ziel liegt auf 2000 Meter. Damit führt die Tour vielleicht vor allem durch bewaldetes Gebiet. Und das heißt in der Regel, dass etwas weniger Schnee liegt als beispielsweise auf Freiflächen. Das führt dazu, dass ihr in den niedrigeren Lagen meist gar keine Schneeschuhe oder Skier einplanen müsst, weil die Schneeauflage so dünn ist, dass ihr mit Bergschuhen vollkommen klarkommt. Ein ganz grundsätzlicher Tipp aber, Schneeschuhe und Skier sind nicht notwendig, nur weil Winter ist. Es geht eigentlich vielmehr um die Frage, ob so viel Schnee liegt, dass der Auftrieb dieser Hilfsmittel den Aufwand des Transports letztlich rechtfertigt. Tut er das nicht, dann reichen Bergschuhe, egal ob Juli oder Februar ist. Aber woher soll man denn unten wissen, ob oben Schneeschuhe gebraucht werden? Grundsätzlich kann man im Winter davon ausgehen, dass Schneeschuhe sinnvoll sind, wenn es vor weniger als drei Wochen mal geschneit hat. Außerdem sind Schneeschuhe sinnvoll, wenn die Temperaturen am Tag der Tour oder am Vortag so hoch ansteigen, dass der Schnee großflächig auftaut. So durchfeuchtet nämlich die Schneedecke stark und sie verliert an Stabilität. Hat es seit über drei Wochen nicht geschneit oder immer wieder mal dazwischen getaut, gestürmt und wieder gefroren, dann ist oftmals ein richtig firniger oder auch eisiger Untergrund zu erwarten. Oder wenn das Gelände bereits sehr stark zerfahren und zertreten ist, dann ist der Untergrund letztlich ebenfalls tragend. Dann reichen in der Regel ein paar Grödel aus, um den Halt nicht zu verlieren. Und hier kommen wir gleich zum nächsten wichtigen Punkt. Wann sind denn Grödel hilfreich und wann nicht? Denn viele Leute sind beim Winterwandern ohne Grödel unterwegs. Und hier kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und muss sagen, dass ich die Grödelablehnung nicht wirklich nachvollziehen kann. Gerade auf ausgetretenen Forststraßen oder Bergwegen rutscht man bei jedem Wegdrücken ein bisschen weg. Das ist erstens mal auf lange Sicht deutlich anstrengender und erhöht vor allem im Abstieg auch einfach letztlich das Risiko auszurutschen. Deshalb bin ich ein großer Fan von Grödel bei jeder Winterwanderung geworden. Einen Link für wirklich gute Grödel findet ihr übrigens unten in der Videobeschreibung, falls ihr noch keine habt. Das größte Problem der Grödel beim Winterbergsteigen ist die Lufttemperatur und damit das Stollen. Denn sobald es taut und die Oberfläche des Schnees langsam matschig oder etwas weicher wird, dann bildet sich unter den Grödeln eine Eisschicht, an der sich der patzige Schnee festklebt. Das kann auch richtig gefährlich sein. Wenn es nicht auffällt, dann friert ein Klumpen so groß zusammen, dass die Spikes nicht mehr nützlich sind. Deshalb sollte man immer wieder einen Blick auf die Unterseite des Schuhs werfen, damit ihr nicht zum Opfer des Ziegelsteins am Fuß werdet. Aber wann ist der Wechsel von Grödel auf Schneeschuhe denn eigentlich sinnvoll? Halt, vorher noch eine Frage nach eurem Infostand zum Thema Schneeschuhe. Würdet ihr gern mal sehen, wie man richtig mit Schneeschuhen unterwegs ist, in beispielsweise unterschiedlichen Geländearten, dann schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare und liked Kommentare, die das schon kommentiert haben. Dann wird das nämlich auch Teil des Wintergrundlagenkurses. Ich weiß nur nicht, wie euer Stand da so ist. Es gibt kein richtig oder falsch bei der Frage, wann die Schneeschuhe ausgepackt werden sollten. Denn es hängt auch immer mehr oder weniger vom Untergrund ab. Im Pulverschnee ist eine Tiefe von 40 cm deutlich weniger problematisch als im festeren, kompakten Altschnee. Deshalb nehme ich immer Schneeschuhe dann, wenn ich merke, dass das Einsinken selbst, unabhängig von der Schneeart, einfach zu anstrengend wird. Denn dann erst wird der Auftrieb durch die Schneeschuhe wirklich tragend. Hm. Tragend. Ja, wisst ihr schon, weil Schneeschuhe ja einen oben tragen. Ja, ich Gagkanone. Abgesehen vom Klassiker der Lawinen ist eine Sache im Winter für die Praxis ganz wichtig. Macht deutlich kleinere Schritte, wenn ihr auch sonst vielleicht auf großem Fuß leben würdet. Kleine Schritte halten nämlich den Schwerpunkt besser unter der Körpermitte. Die Konsequenz, man rutscht seltener aus, beziehungsweise aus der Position des Fußes. Könnt ihr auch mal am Eislaufplatz ausprobieren, einfach mal mit Straßenschuhen schauen, wie man besser oder schlechter am Eis vorwärts kommt. Mit kleinen Schritten geht es jedenfalls besser. Außerdem sind Stöcke nicht nur beim Ski- und Schneeschuheinsatz von Vorteil, sondern eigentlich immer im Winter. Denn beim klassischen Stockeinsatz könnt ihr kleine Rutscher und Unebenheiten im Sinne der Balance super ausgleichen. Der klassischste Fehler beim Winterbergsteigen ist eigentlich die Spur. Aber was meine ich damit? Die Skitoungäher kennen das Problem. Zu steile Spur eingelegt heißt wieder runterrutschen. Mit Bergschuhen ist das anders. Wer versucht steile Bergwege oder Abkürzungen zu nehmen, sinkt häufiger extrem tief im Schnee ein, da man den Untergrund nicht normal zur Neigung, sondern im spitzen Winkel belastet. Dadurch drückt man die Schneemasse weiter nach unten. Außerdem verschiebt sich natürlich auch der komplette Untergrund nochmal ein bisschen hangabwärts. Deshalb hat man manchmal das Gefühl, man geht auf der Stelle. Auf flacheren Wegen liegt zwar meist ein wenig mehr Schnee, aber Schneeschuhe funktionieren da natürlich dann immer super. Auch wenn das Video nicht Lawinen behandelt, hier ein ganz wichtiger Hinweis dazu. Ja, in bewaldeten Gebieten sind Lawinen sehr unwahrscheinlich. Vor allem, dass sie sich zu einer signifikanten Größe entwickeln. Aber unwahrscheinlich heißt halt nicht unmöglich. Es gibt genug Belege, Videos, Bildern von kleinen, aber ausreichend großen Lawinen in Waldgebieten am Berg. Vor allem sehr steile Wälder mit Neuschnee und größeren Lichtungen zwischen den einzelnen Bäumen sind ein gefährliches Pflaster bei einer hohen Lawinenwarnstufe. Im Wald seid ihr grundsätzlich sicherer unterwegs als auf Freiflächen, aber man sollte natürlich trotzdem mit der entsprechenden Ausrüstung und auch den entsprechenden Informationen über die Lawinenlage ausgestattet sein. Ein wichtiger Punkt beim Winterbergsteigen ist die Orientierung. Im Sommer sehen wir immer den Weg und haben wenig Stress damit. Im Winter sehen wir vielleicht Spuren, im Zweifelsfall aber einfach nichts. Und da wird jetzt Wissen notwendig, das viele eigentlich für mittlerweile völlig unnötig halten, nämlich Kartenenkunde. Ihr müsst regelmäßig euren eigenen Standort kennen und auch eure Umgebung in der Karte beobachten. Denn in der Realität, ja da seht ihr ja nichts. Und wenn ihr nicht wollt, dass das dann früher oder später mal so aussieht, ihr also mit einem Bein in einen Bach eingebrochen seid, den ihr auf der Karte vorher nicht ausgespäht habt, dann beachtet einfach folgenden Tipp. Nutzt ein GPS-Gerät eurer Wahl für die eigene Standortsicherheit, aber schaut dennoch regelmäßig auf die Karte, ob vor euch Hindernisse kommen können, die ihr beachten solltet. Bäche, die nun eingeschneit sind, aber eigentlich einen kleinen Übergang haben. Vielleicht aber auch Senken, die nun nicht sichtbar sind, aber deutlich mehr Schnee führen können. Und viele weitere solcher Details. Das kann von praktischem Wissen bis hin zu lebenswichtigem Wissen mehr oder weniger alles sein, was ihr in der Karte so finden könnt. Also spielt gerade bei unverspurtem Gelände, beispielsweise in unbeliebteren Regionen, anspruchsvolleren Touren oder nach Neuschnee, die Karte eine wirklich große Rolle und ihr dürft sie nicht vergessen. Denn wenn ihr unwissentlich vom Weg abkommt, dann kann es natürlich auch richtig gefährlich werden. Nur, ja, im Sommer fällt das halt eben sofort auf. Im Winter gibt es da ja kaum Hinweise, wenn alles gleich aussieht. So, das war es jetzt erstmal zu den Tipps fürs klassische Wandern und Bergwandern für den Winter. Nächste Woche geht es wieder ums Draußen-Schlafen im Winter. Worum genau, das verrate ich euch aber noch nicht, es sollte spannend bleiben. Am Donnerstag erscheint für alle Patreons und alle Kanalmitglieder ein neuer Artikel des Amberg-Magazins für sie eben kostenlos. Seid gespannt, wenn ihr noch kein Kanalmitglied seid, dann schaut euch das gerne mal an. Eure Unterstützung ist hier nämlich absolut essentiell, um die Alpenbeck-Academy weiter möglich zu machen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch jetzt natürlich wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil. Und jetzt im Abspann, den ich neulich mal vergessen habe, die ganzen Patreons und Kanalmitglieder. Vielen Dank an euch. Bis zum nächsten Mal.